Lieber eine Jugendherberge als dieses Hotel. Wir müssen nicht nach rechts, sondern nach links. Sicher? Ja, hier steht es. Guten Tag, wir haben ein Zimmer auf den Namen Cook reserviert. John Cook. John Cook? Ich habe keine Reservierung auf diesen Namen. Und auf den Namen Uwe Mayer? Er arbeitet hier. Herr Mayer arbeitet nicht mehr bei uns. Ach so. Haben Sie eine Reservierungsbestätigung? Nein, Herr Mayer, er arbeitet aber nicht mehr bei uns. Also, Entschuldigung, die anderen Gäste warten. Haben Sie noch ein Doppelzimmer frei für drei Nächte? Ich habe noch ein Doppelzimmer frei, aber ohne Dusche. Wie viel kostet die Übernachtung? Ohne Frühstück 48 Euro. Das ist teuer. Sie sind im Zentrum. Hm, wir nehmen es. Ich bräuchte Ihre Personalausweise oder Reisepässe, bitte. Bitte sehr. Danke. Sie müssen ein bisschen warten, denn das Zimmer ist noch nicht bereit. Wo sind die Toiletten? Oben. Die Toiletten unten sind kaputt. Die Treppe ist hinten links, der Aufzug funktioniert nicht. Okay. Wie findest du das Hotel? Mittel. Und du? Naja, auf dem Klo gibt es Kakerlaken. Kakerlaken? Herr Kuck, Ihr Zimmer ist bereit. Was machen wir? Lieber eine Jugendherberge als dieses Hotel. Wir haben ein Doppelzimmer reserviert. Ich habe keine Reservierung auf diesen Namen. Haben Sie noch ein Zimmer frei für zwei Nächte? Die Übernachtung kostet 48 Euro. Ich habe noch so. Vielen Dank.